Die EU und die Türkei verhandeln zwar noch über deren Beitritt, aber näher kommen sie sich nicht. Im Gegenteil. Dass nachdem Papst jetzt auch das Europäische Parlament vom Völkermord an den Armeniern spricht, hat die türkische Regierung wütend gemacht. Berlin vermeidet diesen Begriff. Tatsache aber ist, dass vor fast 100 Jahren die Türkei die Armenier im Osten des Landes fast ausgelöscht hat. Wie soll man das nennen? Michael Heusen. Wenn irgendjemand in der Welt, ob Papst oder Europaparlament, das Wort Völkermord verwendet, kommt immer derselbe Reflex zum Vorschein. Auch bei den Anglern von der Galaterbrücke in Istanbul. Wir Türken haben eine weiße Weste und die lassen wir uns von nichts und niemand beschmutzen. Da sind sich hier alle einig. 1915 haben die Armenier doch auch türkische Dörfer überfallen. Und die Türken, also wir, haben uns gewehrt. Ein wahrer Türke bestreitet das auch nicht. Es war halt Krieg. Die Türken haben gekämpft, die Armenier haben gekämpft. Armenien soll aber endlich damit aufhören, die Türkei in die Knie zwingen zu wollen. Es ist wie eine Staatsdoktrin. Einen Völkermord an den Armeniern habe es nicht gegeben. Einer der vehementesten Leugner ist der nationalistische Politiker Do Perencic. In der Istanbuler Zentrale seiner Vaterlandspartei sammelt er Gegenbeweise. Er spricht von einer Art Bürgerkrieg. Armenische Banden seien von Russen mit Waffen ausgerüstet worden. Gräueltat mit mehr als 100.000 Opfern habe es auf beiden Seiten gegeben, aber nicht mehr. Denn bis 1948 gab es ja den juristischen Begriff des Völkermords nicht. Er wurde erst 1948 von den Vereinten Nationen verwendet. Das heißt, was vorher geschehen ist, kann kein Völkermord gewesen sein, da es den Straftatbestand nicht gegeben hat. Perencic geht für sein Recht auf Meinungsfreiheit bis vor höchste Gerichte. Weil er in der Schweiz wegen der Leugnung des Völkermords verurteilt wurde, klagt er in Straßburg vor dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und trifft dort auf eine prominente Gegnerin. Armenien wird von Amal Clooney vertreten, der Frau des Hollywoodstars George Clooney. Sie sagt, der Völkermord lasse sich eindeutig belegen. Es gibt zahlreiche Augenzeugenberichte und Zeitungsartikel, etwa in der New York Times. Einer berichtet über den radikalen Beschluss des führenden osmanischen Politikers Talat Pasha, in der Türkei sei kein Platz für Christen. In der Türkei leben tatsächlich fast nur noch Muslime. Von den Millionen Armeniern ist nur ein kleines Häuflein übrig geblieben, rund 60.000 wird geschätzt. Und ihr Sprachrohr ist die Wochenzeitschrift Agos. Der Gründer, Ran Dink, hat sich immer für eine Versöhnung zwischen muslimischen Türken und christlichen Armeniern eingesetzt. Er wurde vor acht Jahren von einem türkischen Nationalisten erschossen, weil er offen vom Völkermord gesprochen hat. Das sei immer noch gefährlich in der Türkei, erklärt der jetzige Chefredakteur. Die Leugnern des Völkermords sagen, die Türken haben nicht das Gleiche getan wie die Nazis. Okay, viele Armenier seien ums Leben gekommen. Aber das könne man doch nicht mit den Verbrechen der Nazis vergleichen. Doch kann man, sagen die Menschen am Fuße des Ararats in Armenien. Und der Papst hat ihnen vor einer Woche beigepflichtet. Der Mord an den Armeniern sei mit den Verbrechen Hitlers und Stalins vergleichbar. Auf einem Hügel über Erivan steht das Mahnmal Tsitsinaga-Bert, Schwalbenfestung. Um die Seele Armeniens zu verstehen, muss man hier gewesen sein, heißt es. Schon zu Sowjetzeiten haben die Armenier jedes Jahr am 24. April an den Völkermord erinnert. Und das werden sie auch nächsten Freitag tun. Den Kampf für die Anerkennung des Völkermords führt der Politiker Parush Harikyan schon seit mehr als 30 Jahren. Fakt ist, dass die Türken die Tatsachen nicht verleugnen. Sie können es auch nicht. Sie sprechen von Vertreibungen, sind sich aber untereinander nicht einig, wie sie das Geschehene einordnen sollen. Aber viele Länder halten es inzwischen für offiziell bewiesen, dass es ein Völkermord gewesen ist. Die Türkei streitet alles ab. Das wollen die Armenier nicht akzeptieren. Sie verlangen eine Entschuldigung für den gewaltsamen Tod ihrer Vorfahren, 100 Jahre nachdem das Morden im Osmanischen Reich begonnen hat. Das ist ein Völkermord. Das ist ein Völkermord. Vielen Dank.